mittelalter sachen ich meine der hat sie gerade vor mir hin teleportiert und der verkauft mir mittelalter sachen sag mal weißt du wo man diese grasböcke herbekommt wo die wachsen oder so nein kärmen alter perfekt ahhh herrsinn ich bin hier bei ritter lang gelangt Ich such noch mal gerade über unseren Planeten-Beltchen. Oh, hier hinten leben ja die Frösche. Stimmt, die haben ja gar keinen... Was war das nochmal für ein... Sumpfwasser? Das haben die ja nicht mehr, das haben wir alles hinweggenommen. Ähm, Mario, du wolltest doch schon immer einen Kerker haben, ne? Wollte ich das? Ja. Ich hole mal ein bisschen Sachen für Kerker. Kerker in Richtung. Wir bauen jetzt irgendwann mal so richtig schönen Kerker. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal haben wollte. Aber egal. Warte, wir halten das eben nicht vor. Die ganze Sache, die wir hier sammeln, scheiß auf sie. Werden wir immer vergessen. Oh, Diamant. Oh, stimmt, ich erinnere mich. Oh, ich bin planiert jetzt einmal umrundet und hab nix gefunden. Ne, ich erinnere mich an, äh, hier ist das Portal. Wo wir die ganzen Gleise so oben drüber bauen mussten. So mega aufwendig. Oh man, ich finde nix von dem Zeug. Schade. Willst du noch ein paar Wandhänge haben? Also Wandhänge? Was? Ein paar was? So ein paar Wandhänge, also so, ähm, Wandhäppiche, manche. Äh, bist du gerade zu Hause, oder? Nein, ich bin gerade, äh, auf einer Mission, sagen wir es mal so. Okay. Ja, bring' nur mit. Was hat denn für die aussehen? Ja, so, wie wir die zu Hause haben. Was, diese roten? Ja. Nee. Okay, gut. Du bist gerade am Looten, ohne mich. Ja, ich suche Apex. Da kommt was dazwischen. So, warte, was ich jetzt sehen kann. So, warte, was ich jetzt sehen kann. Das wäre mega geil, wenn man sich so eine Art Baumhaus hier einbauen könnte. Ja. Okay, wir planierten, umrundet. Wir haben nichts gefunden, nichts tolles. Okay, die öffnen, wir können es verkaufen, die Attacke. Den behalte ich, das sieht geil aus. Äh, okay, Shotgun auch verkaufen, brauche ich nicht. Ja, das ist scheiße, äh, scheiße. Gibt das eigentlich Lianen, die man so runterhängen kann? Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, ja. Eigentlich ja, ne, weil die baut man ja auch ab. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht wo und wie und wann. Ich glaube, die hatten wir hier oben irgendwo. Okay, ich muss gerade zu dir kommen, warte mal. WTF? Warte mal stehen. Was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Alien-Alpaka-Lex? WTF? Dazu noch ein Ritter-Helm. Oh, shit. Okay. Was denn? Das ist ein bisschen größer geworden. Ja, wir nehmen Bäume. Wir wollen die Bäume hier mit drin haben. Ja. Mario? Ja. Was? WTF? Das ist unfair. Das ist dezent unfair. Moment. Ich habe gar nichts mit den Steinen. Ja, ja. Ich habe nur drei. Ich schwöre. Ich schwöre auf Koran. Ich schwöre auf Koran. Ich fliege nicht. Ich schwöre auf Koran. Nein. Ich fahre noch selber rein. Ich mache eh kein Schaden. Ich habe zu viel von denen. Muss ich loswerden? Ich habe auch, ich habe 111 von denen hier. Ah, den ja kamen. Aber jetzt kommt das her. Oh, 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 oh. Das ist so top. Ich bin immer noch zu viele davon. Ich habe noch 80 Stück jetzt hier. Und wer geschossen. Ich habe keinen Bock mehr. So, ähm. Ich wollte nur irgendwas machen. Ah ja. Ich bin immer gestreckt. Okay. Ja, wozu muss man sich strecken? Ich könnte mir eine weitere Fake-Lizenz kaufen. Oder war es so ein Boot? Ein Boot ist, glaube ich, eher sinnvoller Moment. Okay, ich muss, ich gehe mal zur Bank. Zu meiner Bank des Vertrauens. Dieba, dieba, du. Da, 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 da. Da, 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 da wie mehr Schritte du quasi durchschnittst des Prozesses ich komme zur ODI her so oh Geld nein um hier zu sterben ist weg nein das ist ja müß so jetzt ruhig mal weiter mit dem Boot denkst du das Bootteil so und draußen kommt ja auch noch ein Garten hin aber ich finde die Erde die wir da an sich haben die sieht scheiße aus dafür wir brauchen unbedingt diese Grasböcke aber ich weiß nicht wo man die herkriegt ja ich hab mal wieder scheiß viel Krimskrafts wenn ich irgendwie loswerden muss ne hier geht das nicht warte 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 ja du sagst es ist nein ich muss mal auswählen ich muss jetzt auf dem Handy gucken ob es geht oder wenn er sich erledigt weil Agulé Agulé ja der Felser der kleine Wintergarten da fehlt eine Sache das ist unser Lager von Vergrüßungen wir haben keinen Platz mehr ja wir müssen ja jetzt räumen mal bauen dass wir die Dekosachen loswerden und wir können auch das Schachfeld bauen wenn ich das immer wieder finde die ganzen Schachfiguren liegen ja hier überall ich müsste doch irgendwo so das ist keine Fass ganz andere draußen stellen hier ein Fass was du da gerade hast ja nicht auf die Erde wenn schon irgendwo auf das Gras die so hier warte ja genau da so das ist es nicht und ja ja was ist das hier heute drüber immerhin Eurel ein Grafstelle zum Altar kommt später in den draussen in den Garten aber das war also diese Grasböcke wir wissen wo die Herbe kommt auch das auch noch aus dem Konzert Ohr es ist es ist es müssen so wo die Blöcke wo ich brauche die Blöcke wo krieg ich sie her das ist doch nicht das soll die Sorte erledigt macht doch geht nicht in der Aufnahme ja das war und es ist anders wenn sie sich an der Nachkommen ich weiß nicht ja es gibt den Planeten zu verliegst Prozent das Kultus auf der Welt und sie bringt sie auf dem Kürze posiert eigentlich kann er auch gleich abgucken aber ich kann es aber nicht weiß auch das ganze Fahrzeug ist es wäre sehr sinn als er in der Sache einräumen weil er zu viel Krimsgabst in der nächsten Folge hat man das nicht wir nehmen wir sind gerade bei 7 also eine Stunde und 47 Minuten das ist das heißt wahrscheinlich hat die Folge gerade erst begonnen. Und wir müssen noch fünf Stunden vor Polizieren. Okay, gleich nur noch vier. So, ich finde den Garten aber trotzdem schon mal ganz gut. Okay. Was meinst du? Zum Garten? Ja, ist okay. Ist okay! Das Pferdding, das sieht so bescheuert aus. Alpaka bitte sehr, ja. Da muss man ganz schön korrekt sein, ja. Ich hab die Zeichnung. Weißt du was, Mario? Mario, Mario? Ja, was? Warum? Ich hab so viel Kram. Wartest du was? Ich hab so viel Kram. Ach so. Äh... Mal rausgetappt. Ah, das Blöcke. Du weißt ja wie die aussehen. Ich muss gerade auch noch was einstellen hier bei, äh, für das heutige Video. Ja, ja. Für das heutige Video heißt, für das Video am 16.07. Und zwar Rainbow. Wo? Ja. Dass Y-O kommt. Nicht verpassen. Ist das nicht so, dass das Video dann vielleicht schon, keine Ahnung, einen Monat lang existiert vielleicht? Nein. Jo. No, kein Video. Aber, ich würde das jetzt nicht, wofür ich schon mal nghi geholfen. Ja. Ja. Wir haben noch mal wieder. Und zwar. Das ist ne, schon mal eine Runde. und zwar. Wir haben 2,2 Reibisch. Wir haben ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020